Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3 Multiplayer. Juhu, auf in die nächste Runde, Suche starten und mal gucken was uns so erwartet heute. Ausrüstung anpassen, wow, da haben wir doch schon einiges gefunden, was wird es denn? Abstimmen mit 1, blablabla. Ich glaube, das ist mir relativ egal. Von daher passt das schon, Ausrüstung anpassen, können wir nochmal schnell gucken. Das ist eigene Klasse, das passt soweit auch. East River, alles klar. Deathmatch, hmm. Das ist mal was Neues dann für mich, das ist dann auch gleich unser erstes Deathmatch. Gleich zur Aufnahme für die neue Folge, hui, na das wird bestimmt eine Freude. Ich glaube nicht, dass ich hier allzu viel reißen werden können, tun wollen, wie auch immer. Ah, da muss ich ja mal husten, sorry. Zumindest werde ich mir die große Mühe geben. Und ab jetzt werden diese Folgen, also ich habe mir überlegt, ich werde sie zu Don't Stuff als Alternative bringen. Reflexivisier, bla 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 bla, hier passt soweit alles. Zielverbesserung, Autopanzerung, Panzertransfer. Ja, ist in Ordnung. Bei der Klasse bleiben wir erstmal. Irgendwo läuft hier auf jeden Fall jemand rum. Ach, das ist hier nur das... Mitte Wasser, hui, hier hinten geht's ab. Ich kenne diese mit anscheinend auch noch nicht, daher muss ich mich ja erstmal orientieren. Ja, dann habe ich mich, glaube ich, selbst umgebracht. Ha, 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 ha. Oder es war die Granate von jemand anderem, egal. Jo, ich war's mal aus und war's selbst, fängt auf jeden Fall gut an. Nette Runde, was haben wir denn da? Oh Gott, na egal, los. So, hier ist schön auf der... Und jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir jemanden finden und mal richtig anfangen. Bam! Hat er mich erwischt und die Granate hätte ihn ja fast sogar noch fliegen können. Ah, ich überlege auch mal, vielleicht sollte ich bei der Waffe hier... Na, ich kenne die leider nur auf dem, was da steht, bedienen. Wow, da oben kommt irgendwas Nettes an. Und ich glaube, hier käme auch ein Hunter-Bogen. Stellenweise geil! Na, 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 na. Wo bist du denn? Na, alles klar. Na? Wo seid ihr denn, meine Freunde? Na, schon. Ah, Wajag. Da hat uns einer von hinten erwischt. Nette Sache. Naja. Ich hab mir bei... Generell hier ja noch nicht allzu große Hoffnungen. Das wisst ihr ja, dementsprechend... Ja, okay. Ja, okay. Gegen den DSG-1. Da hab ich keine Chance. Aber wäre mal Ausrüstung wechseln. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir doch das mal Willen. Für die nächste Runde. Mal schauen, was ich damit so einstellen kann. Upsala. Okay. Okay. Entschuldigung, da war ich auch nicht schnell genug. So, wollen wir mal schauen. Irgendwie hier nicht so meins sind. Wir haben die Radar erweitert. Passt auf euch auf. Nahkampf habe ich natürlich mit der Waffe extreme Nachteile. Ich glaub, da hätt ich's auch einfach mit Messer versuchen können. Na, da war doch wer. Na komm, na komm. Ah, ein bisschen leckig. Verdammt. Der ist auf jeden Fall flott unterwegs, der Junge. Das Problem ist halt, Scharfschützen brauchen wir uns so wenigstens ein minimales Sichtfeld. Was mir bisher vergönnt geblieben ist. Unnährung, Salah. Verdammt. Waha. Wuhu, war das knapp. Kommt, Tarnung, Tarnung, Tarnung. Los, Tarnung, hoch. Komm. Ich brauch Energie. Geflie, Energie. Ja, hier extra für diese klassischen Ernährungssensor, weil als Scharfschütz ist es doch ganz gut, wenn man weiß, wenn irgendwas in seiner Nähe ist, was man jetzt nicht so unbedingt... Ja, da ist doch jemand. Ah, verdammt. Vorzielen, vorzielen. Ah. Boom. Und hat mich auch einer gesehen. Hahaha. Ja, den Jungen kennen wir doch schon. So, nicht mein Freund. Ich glaube, ich habe mal nur einen reingedrückt, oder? Na, sah nur von meiner Seite so aus. Okay, ein feindlicher Swarmer. Das klingt nicht so schön. Ja, kommt. Hier, habt ihr eine Granate. Wir haben hier Radar erweitert. Passt auf euch aus. Bäm. Mehr auf den Kopf zielen. Und wo kam der her? Von hinten, oder was? Jawohl, von hinten. DSG-1 und Sniper-Visier. Da kann ich nicht viel meinen, ne? Ja, da war doch schon wieder einer. Ach, x. Wie war das denn? Naja, fünf Kills. Immerhin. Oh, ho. Yeah. So sch... Mit Hunter-Bogen. Ja, ne, Predator. Kleiner, ihr Freund. Das war nicht schlecht. Aufpassen. Feindlicher EMP aktiviert. Na, komm, komm, komm. Hier, ne, Granate. Sie haben sich zu weit. Zur Runde ist ein... Verdammt, das ist ja was ganz anderes hier. Yeah. Wer die Granate schmeißt, ist tot. Na, ich glaube, diese Runde werden wir nochmal... Mit dem Durchhalten, Ausrüstung wählen. Was nimmt man da mal? Äh. Ja, ich glaube, den Bogen werde ich auch mal ausprobieren. Ah. Ja, okay, Jungs. Das ist klar. Das ist klar. Wenn ich mir gerade wieder was Schönes auswähle... Ah, ist der hier bei uns am Spawn also aktiv. Nee, okay, ja, okay. So, erst mal wieder auf Tarn-Modus. Wir haben hier Radar-Arbeiter. Sie passen auf euch auf. Oh, damn. Das hat mich einer von hinten wieder genutzt. Oh. Der Bogen war leider nicht so viel Schaden, wie ich ihn gerne hätte. Aber da hat's... Ah. Okay. Das war ein gottverdammtes Desaster. Ja. Sie sollten ihre Taktik überdenken. Was anderes hat er nie erwartet. Dann sag ich schon mal, vielen Dank fürs Einstellen und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich bin mit meiner Platzierung zufrieden. Bis zum nächsten Mal, ne? Jetzt noch schön hier die kleinen Rücksicht und tschö. Ah. War doch gar nicht mal so übel. Ich weiß nicht, was der hat. Desaster war es nicht für einen Anfänger. Dass ich nicht auf dem Kopf ziele, ist ein Desaster. Das war's nicht für einen Anfänger. Das war's nicht für einen Anfänger.